Und da sind wir wieder. Hier ist der Nacht in Hamburg, der Podcast von Reiko Schmid, die 1849. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute geht es um Alternativen, um zwei verschiedene, völlig unterschiedliche Alternativen. Einmal eine Alternative zum miesen Wetter derzeit in Deutschland. Auch wenn überall mal kurz vielleicht die Sonne durchgeblitzt hat. Es ist kalt, es ist viel zu wenig Sonne. Und nach dem Winter, da lächzt der Körper nach ein bisschen Sonnenschein, nach Licht und Wärme. Und nicht jeder kann einfach mal wegfliegen, um sich das woanders zu holen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, das zu Hause zu haben. Und zwar in Form von Sonnenstudios. Die einen nennen es Münz-Mallorca, die anderen sagen Tundentoaster. Es gibt so viele Bezeichnungen für ein und dasselbe. Nämlich im Regelfall ein Bett, was unten und oben Röhren hat, wo man sich reinlegt und dann besonnt wird. Aber das alles hat auch riesige Nachteile. Und jeder, der ältere, leider muss ich sagen, bevorzugt Damen kennt, die ihr Leben lang auf dem Turbobräuner verbracht haben, denen sieht man es überdeutlich an. Das muss aber nicht sein. Sonnenstudios sind gefährlich. Deswegen hat der Gesetzgeber zu Recht die Regeln verschärft. Aber es gibt Ausnahmen. Und zwar in Form von Bio-Sonnenstudios, die eins nämlich nicht machen. Diese normalen Röhren, die in den Geräten, die ihr alle kennt, ich weiß gar nicht, Ergolein und Ike und wie sie alle heißen. Diese Röhren, die haben ja nicht nur angenehme, gesunde Lichtanteile, sondern vor allem einen hohen Infrarotanteil und gefährliche UV-Strahlen. Und es gibt Sonnenstudios, die filtern all diese Sachen, vor allem das Infrarotlicht, aber auch die schädlichen UV-Anteile aus dem Licht heraus. Das sind dann UV-Kaltlichtstudios. Das heißt also, man wird da mit kaltem Licht, das wird einem dann nicht so warm wie in diesen normalen Sonnenbetten beschienen. Und das hat für die Haut sehr viele Vorteile. Es bräunt aber nicht so richtig. Wenn, dann entsteht eine ganz sanfte Bräune, die sehr natürlich aussieht und die eher eine Nebenwirkung dieser auch als Lichttherapie bezeichneten Behandlungsweise ist. Und ein solches Studio befindet sich auch in Hamburg. Wahrscheinlich gibt es davon sogar mehrere. Aber ich gehe seit einiger Zeit in eines dieser Studios und das kann ich euch nur empfehlen. Interessanterweise ist da die Besonnung ein bisschen anders. Man muss sich nämlich herumdrehen. Man legt sich also erst auf den Rücken, dann klingelt ein Kurzzeitwecker nach 15 Minuten und dann dreht man sich auf den Bauch, um praktisch auch den Rücken zu besonnen, weil das Licht nur von oben kommt. Also eine Alternative zum Urlaub ist ein Bio-Sonnenstudio und tut eurer Haut und euch selbst hingefallen und geht nicht auf die normalen Sonnenbetten, die man sonst in Sonnenstudios kennt. Das ist die eine Alternative. Die zweite ist ein Drink. Es gibt ja Margaritas und es gibt viele andere Drinks. Aber mir geht es heute um die Margarita. Also einen Drink, der aus Chiquilla, aus Zitronensaft und Triple Sack besteht und natürlich Eis. Frozen Margarita ist ganz besonders beliebt in Hamburg. Gibt es fast an jeder Ecke, auch wenn man feiern geht. Und diese Margarita, die kann man auch ein bisschen anders machen. Ich war zufällig mit Freunden neulich nach dem Kino. Wir waren in Moonlight. Das ist also ein Oscar-prämierter Film. Ihr habt vielleicht davon mitbekommen, der aus meiner Sicht äußerst sehenswert ist. Waren wir noch einen trinken in einer, ja eigentlich in einem System-Gastronomie-Restaurant. So muss man es bezeichnen. Heißt Einstein, befindet sich in der Hohe Luftchaussee in Hamburg. Und da gibt es den Drink Margarita in einer ganz besonderen Ausführung. Da wird nämlich die Margarita nur aus dem Chiquilla, also speziell die Erdbeermargarita, um die soll es mir gehen. Da wird also aus Tequila, aus Eis, Zitronensaft und Triple Sack die Grundsubstanz des Margaritas gemischt. Und dann, mit welchem Verfahren auch immer, wird Erdbeerpüree in diesen Drink hineingegeben. Aber es wird nicht verrührt, sondern man erhält praktisch ein fleckiges Getränk, was wirklich gut aussieht und noch viel, viel leckerer schmeckt. Mit 4,50 Euro auch ehrlich gesagt geschenkt ist. Und dieses Ding wollte ich euch unbedingt empfehlen. Also wenn ihr klassische Drinks mögt, dann gerne mal ein bisschen rum experimentieren. Nicht alles so machen, wie es alle machen, sondern wie zum Beispiel bei der Margarita, einfach mal die Fruchtzutat als Püree hinzugeben und nicht umrühren. Dann werdet ihr staunen, wie lecker ein Getränk sein kann. Oder ihr fahrt einfach in ein Lokal, welches so etwas anbietet. Tja, das war meine Empfehlung für heute. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reco. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is Was Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.